Moin Moin! Um diesen Duschkopf soll es hier in diesem Video heute einmal gehen. Das Ganze ist nämlich ein gefilterter Duschkopf. Mir kommen normalerweise Filterboards rein. Die haben wir an dieser Stelle aber rausgenommen, weil wir es einfach von der Optik her schöner fanden und ob man eben an diesem Mineralienkram jetzt wirklich festhalten möchte, sollte eben selbst überlassen sein. Ansonsten ist das Ganze hier relativ solides Hartplastik, hat aber eine relativ schöne Optik, hat ein bisschen was vom Glas und hat dann hier eben so ein fein Strahlsieb und mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Wir können das Ganze hier einfach mal einschalten an der Stelle. So, wir sehen, das füllt sich hier auch, je nachdem wie viel Druck man drauf hat. Und so sieht der Standardstrahl dann eben auch aus. Wenn wir hier mehr aufdrehen, hat das Ganze auch ordentlich Power. Ihr könnt es hier ganz gut sehen. Hier oben sieht man auch immer schön, wie der Wasserdruck eben sich verhält. Und das Ganze ist dementsprechend auf jeden Fall ein Strahl, der ordentlich Wumms hat und dazu eben ein Kopf, der optisch auch noch sehr ansprechend aussieht. Und das wärs im Prinzip auch schon. hal Gotland